so hallo ja heute ziehen wir uns mal eine ganz krasse dating geschichte rein so aus wokistan also es geht ums thema wok sein und das müsst ihr euch wirklich unbedingt anhören vorab gerade noch weil auch mich jemand wieder aufgemacht aufmerksam gemacht hat auf modul 2 was glaube ich mal ein bisschen untergeht vertiefungsübung für ein lebenship haben wir uns überlegt wir machen jetzt also heute sonntag montag dienstag machen wir ein 23 prozent code für modul 1 modul 2 und auch die kombi von den beiden sage ich am ende des videos noch mal mehr zu also super gelegenheit für einsteiger oder die das modul 2 noch damit dazunehmen wollen und genau dazu auch mal eine ganz kurze mail von as lefkola sie schreibt hallo christian die hypnotische trance auf modul 2 ist so krass gut die macht ich mache die fast jeden abend freue mich immer drauf konnte früher oft nicht gut einschlafen aber damit jetzt kein problem love it also in modul zwei das kommt halt so und spektakulär daher somit vertiefungsübungen da sind aber absolute kernübungen drin von meinem programm also wenn ihr das noch nicht habt holt euch noch mit dazu super gelegenheit oder macht gleich die kombi mit 1 und 2 also in meinem kernkurs um programmierung des liebeschips und jetzt kommen wir mal zu der absoluten crazy mail gut also da muss man sich wirklich anschnallen erzählen also hallo christian ich würde dir gerne eine situation erzählen also von andréfkola die mich ein wenig verstört hat vor einiger zeit ging ich mit einem bekannten auf den ich eigentlich ein auge geworfen hatte auf einen kaffee es war eine angenehme atmosphäre wir wollten uns wir wollten uns gemeinsam einen tee beziehungsweise kaffee von der theke ich bestellte einen schwarzen tee die verkäuferin verstand das zuerst akustisch nicht und ich wiederholte nochmals dass ich einen schwarzen tee möchte mein bekannter bestellte einen kaffee soweit ein ganz normaler ablauf ohne dass irgendwas komisch erschienen wäre dann setzen wir uns zu den getränken hin plötzlich begann mein bekannter stark gestikulierend zu schildern dass die situation gerade sehr komisch gewesen wäre dass ich das lachen total verkneifen müsste ich weiß nicht ob ihr ich habe die mail schon gelesen ist ob ihr schon ahnt was jetzt kommt also ist es absolut ich habe nicht geahnt was jetzt kommt also wirklich das ist wirklich verrückt so ich hätte die verkäuferin total geschockt gerade und das wäre total daneben gewesen ich verstand gar nichts völlig perplex fragte ich was er meinte daraufhin erwiderte er es wäre von mir komplett daneben gewesen einen schwarzen tee zu bestellen bei einer dunkelhäutigen verkäuferin ich kann nur sagen leute willkommen im jahr 2023 willkommen im jahr 2023 es ist diesen ausdruck dürfte man nicht mehr verwenden das wäre rassistisch diskriminierend ja was dann sagen ich würde gerne einen stein pock tee bestellen und dass die verkäuferin seiner ansicht nach geschockt reagiert hätte und ihr blick deutlich signalisiert hätte dass meine aussage gar nicht geht immer wieder kann man darauf zurück wie komisch daneben die situation gewesen sei er borscht das thema sehr auf ich war innerlich geschockt und erstarrt also ich kann nicht nur sagen leute ich meine der zug ist also mich mittlerweile der meinung seitdem ich sehe dass adidas und viele große firmen so non-binary collections machen das thema ist durch also der zug ist abgefahren das kommt jetzt alles ich finde es also ich rede auch mit allen ganz oft drüber ich finde es super wird also erst mal hier ich meine du kannst es halt diesen burken leuten nicht recht machen ist es kommt immer noch einer oben drauf und immer macht man irgendwas falsch und alles wird verboten und alles wird gecancelt ich finde das ich bin ein alter wasser man klar aber ich finde es eine ganz schlimme entwicklung weil das meiner ansicht nach dem einem guten willen mit gleichberechtigung und alles gut und und ja muss man nicht darüber reden aber für mich sind das so neben kriegsschauplätze und das eigentliche thema ist deutschland einfach komplett fucking vor die hunde geht dass wir ich meine das wird alles so krass werden es gibt schon die anzeichen dass es wirtschaftlich runter geht industrie standort deutschland geschichte produzieren keine eigene energie mehr keine eigene innovation alles wird verboten hauptsache wir sind die die guten und sorry aber jetzt war es abgefahren und wie gesagt du kannst diesen leuten nicht recht machen also jetzt hier meine bonus kinder die haben neulich hier mal ariel die mehrjungfrau geguckt und das ist ja jetzt ein schwarzer people of color corrector whatever alles gut irgendwie und dann haben die woken natürlich gesagt ja ist ja super aber die sklaverei wird ja nicht thematisiert die sklaverei in der karibik wird ja nicht thematisiert in dem film es ist ein zeichentrickfilm ist einfach ein fucking zeichentrickfilm ne und ich finde es äußerst befremdlich man das ist ja auf disney und netflix ja es muss natürlich jeder cast muss jetzt ein asiate ein dunkleutiger mensch ein dies ein das ein jenes am besten noch ein lesbisches paar und aber ich meine nicht das ist alles gut ich meine nur aber nur dieses zwanghafte es einem immer wieder so ins gesicht zu drücken hier ich weiß nicht ich fand es erst bei bei bridgerton zum beispiel noch witzig aber das ist jetzt in jedem film das ist auch in theaterstücken also wir waren war herry potter war das genauso abgesehen davon dass männer einfach immer nur noch als leberwürste dargestellt werden irgendwie so schwächliche charaktere aber gut also für mich das ich meine das ist eine ernsthafte geschichte also wirklich next level also für mich sind es ist eine ganz gruselige entwicklung auch habe auch heute so ein auf twitter so was gelesen von so einem menschen hat es geschildert sein er hat so eine transition gemacht hat sich um operieren lassen und hat dann festgestellt dass das alles also von mann zur frau hat sich also seinen schniedel aboperieren lassen und wir dann festgestellt das war ein riesenfehler und also für mich ist das alles was da so passiert ist einfach so crazy wie so ein thema so nach oben gespült wird oder ich habe gehört kanadische schule wo die lehrer gezwungen werden die kinder mit seysen anzusprechen also mit so kunstpronomen irgendwie also also für mich ist das also für mich ist das alles zeichen sorry dass jetzt wieder wird es doch ein bisschen politisch aber für mich sind das zeichen dass also wenn der besten so weitermacht werden wir weggespült man das geht sowieso die wo ist die innovation in der welt gerade die ist dies in asien teilweise in afrika südamerika auf jeden fall selbst japan kommt so aus dem arsch wieder und aber europa usa kanada verloren aber gut ich meine und dass sie sagt es wird weil es gibt so super witzige reels auf instagram über über genau diese sachen vor allen dingen mit mit prince harry immer wieder wo reporter irgendwas fragt und dann verwendet er versehentlich das wort schwarz und und es ist wirklich super witzig dass sowas in der realität passiert und wie gesagt ich finde jetzt nicht schlimm dass leute irgendwelche meinungen haben nur dieses ganze es haben immer aufgedrückt wird was man sagen soll und nicht sagen soll und dass das so jegliches also ich habe das gefühl seit seit covid hat unser gesellschaftlicher diskurs hat einfach jede mitte verloren irgendwie und die wirklichen sachen wären überhaupt nicht mehr angegangen aber gut das ist nur meine meinung kommen wir jetzt mal zurück zu deiner speziellen situation ich meine was bildet sich dieser typ ein ich meine das letztlich immer wieder das gleiche kritik auf dem ersten date was bildet er sich ein dich zu kritisieren also selbst wenn er der meinung ich meine es ist völlig ist es sagen wir gucken wir doch mal der wahrheit ins gesicht das ist komplett fucking crazy was ist komplett komplett verrückt das muss man einfach mal sagen aber selbst wenn er das denkt was bildet er sich ein dass dich auszulachen auf dem date und dich zu kritisieren das ist einfach fucking insane ich finde das in zehn wirklich er baut das thema so auf ich war innerlich geschockt in der start konnte es in dem moment gar nicht einordnen ob ich mit meiner wahrnehmung so falsch lag oder was gerade das für eine botschaft vor ihm war ich hatte die situation nicht einmal ansatzweise so erlebt wie er es war wie eine ausgedachte geschichte von ihm ich habe auch noch nie davon gehört dass der ausdruck schwarzer tee rassistisch sei also allein dass du dich über sowas gedanken machst zeigt wo wir eigentlich gelandet sind und hör damit auf hör damit auf stell dich vor einen spiegel und sag hundertmal schwarzer tee sorry also wirklich jetzt reicht es aber langsam mal hechte ich finde da muss man sich auch echt dagegen stellen muss sagen dass du bist irre du sagst wirklich in meiner gegend wird darauf ausdruck häufig verwendet ja es ist fucking schwarzer tee ich habe ein schwarzes t-shirt an hallo ja ich aber gut ist wundern mich aber gar nichts mehr das ist es ist gerade mode irgendwie so vogue zu sein und wo also ich bin gespannt was mal zukünftig generationen darüber denken werden ist für mich also für mich ist es ein zeitpunkt dass irgendeine phase glaube ich gerade zu ende geht aber gut also eine größere gesellschaftliche phase so aber gut mehr dazu ich habe da eigentlich schon alles drüber geschrieben in meinem letzten buch neue dimensionen der liebe habe ich das eigentlich alles alles schon thematisiert und noch viel mehr kommt ja jetzt mal neues kommt ja bald raus feuer und flamme heißt das konnte euch schon mal vormerken genau ich war eine weile stumm muss das erstmal verarbeiten was er gesagt hat und wir sprachen über andere dinge also mein ratschlag wäre zu sagen auch um seine eventuell vorhandene pluspoligkeit koabhängigkeit abzubauen die ja viele jahre einfach zu sagen sorry du bist das ist irre was du dir sagst du sagst und ich ich werde jetzt ich werde ich wünsche dir alles gute wir müssen jetzt auch nicht streiten und dann aufzustehen und zu gehen wirklich ich weiß das müssen auch solche leute müssen das echt mal lernen dass das einfach dass das echt nicht geht und wie gesagt selbst wenn wenn er jetzt einen legitimen punkt gehabt hätte obwohl ich kann mir jetzt gerade keinen legitimen punkt daraus basteln du hast einfach ein getränk bestellt aber kritik kommen wir nochmal zurück was das absolut irre ist kritik hat auf dem ersten date nichts zu suchen wenn überhaupt solltest du ihn kritisieren aber dann ist der sagt die sache sowieso gelaufen leider bin ich bei solchen themen immer sehr schnell verunsichert und suche den fehler erstmal bei mir ja das ist typisch dieses pluspolige kenne ich auch super also bei mir ist das bis heute so also ich habe ja gerade so eine situation wo ich wo ich so eine völlig verrückte mietgeschichte da am laufen habe irgendwie und ich brauche auch immer einen tag ich brauche immer einen tag da kommt irgendwas man wird so echt angegangen von irgendjemand und ja und dann braucht man einen tag irgendwie das gibt es heute so es war erstmal also man merkt schon irgendwas irgendwas läuft hier gerade echt schräg irgendwie und aber man braucht einen tag irgendwie zu merken das ist wirklich schräg ne man braucht man und ich kann das bis heute nicht dass ich so aus dem also auf dates konnte ich zum schluss zum schluss schon meistens auch nicht immer zu sagen okay das war es jetzt hier aber so in so real life situationen fällt mir bis heute schwer ich brauche immer 24 stunden so ne ja aber man kann das alles lernen das ist die selbstbehauptungs challenge was auch nochmal anzubringen die gerade noch läuft könnt ihr gerne einsteigen auch ein super super übungsfeld also im nachhinein kam die wut über sein verhalten auch ja genau so ist das dann über diese unterstellung hätte die verkäufer diskriminiert beziehungsweise auch über die art und weise wie er das mithalte aus dem nichts heraus mit einer starken wucht ja da hätte ich ja auch ausgelacht wollte mich bewusst blamieren beschämen ja und beschämt werden ist für uns ex liebes durch die schlimmste ne also ist für viele menschen das schlimmste wenn die eigene scham geträgert wird weil das meiner nachricht nach ist das so die uremotion in der kindheit die eigentlich alles von der alles ausgeht und wenn man beschämt wird das ist ganz schlimm ne es kam so plötzlich dass mir die worte fehlten dem irgendwas entgegenzusetzen das war gaslighting dem anderen etwas zu unterstellen und ihn dabei zu beschämen kleinzuhalten was steckt in diesem verhalten warum machen menschen das was könnte man so in einer situation kontern ist das ein test von ihnen ob ich mich schnell verunsichern lasse wie kann man sich davor schützen also schützen kann man sich davor nicht wenn du auf ein date gehst dann kann alles mögliche passieren das ist ja sogar jemand den du kennst also wie wird sich dann noch mehr schützen kontern habe ich ja gerade schon gesagt ich aber ich diskutiere mit solchen leuten nicht mehr also ich sage einfach nur alles klar 1 und 1 ist 5 kein problem es bringt einfach nichts guckt mal kein mit dem mitarbeiter also die welt ist vielleicht mache ich auch noch mal ein video zu dieses außen bei einer ansehen nach sie nach wie vor aus dem fugen seit covid wirklich das ist so eine ganz komische stimmung und echt seltsam wirklich leute machen komische sachen und keiner ist das ein test von ihm nein das ist einfach drecks dating verhalten sorry sagen wir doch mal wie es ist das ist wirklich einfach ein ekelhaftes verhalten das ist ganz klar und warum macht so jemand was ich frage mich immer also ob es mit macht zu tun hat für mich ist ja auch so ein bisschen so eine macht demonstration also ich finde das auch viel in diesem woken geht es ja auch viel so darum dass man eigentlich besser ist als die anderen irgendwie und schlauer und aber hier ist für mich auch es ist wirklich so ein richtig klassisches runterputzen ne also indiskutabel deswegen macht die fucking kurse ich sage da kurz noch was zu also es geht jetzt bei dem dieser kurzzeitigen aktion hier bei uns 23 prozent auf modul 1 2 und die kombi ich pack da den link nochmal drunter kurz sommer 23 groß geschrieben packt ihr einfach rein da ist und fällt wenn man den kurs dann bucht irgendwie funktioniert auch ich habe immer noch bitcoin und diese ganzen sachen finde ich immer noch cool als teilungsmöglichkeiten könnt ihr alles nutzen neben paypal kreditkarten und den ganzen anderen sachen die wir haben ähm und ja wer vielleicht neu ist wirklich super gelegen hat modul 1 ist einfach mein kernmodul es solltest also wenn du meine arbeit liebst solltest du das wirklich machen umprogrammierung des liebeschips hat eigentlich nicht nur mit liebe zu tun sondern einfach eigentlich mehr mit selbstliebe dass man für sich einsteht ähm solche crazy situationen erkennt guckt warum man da vielleicht das vorher nicht erkannt hat ähm und ja logischerweise mein äh meistverkauftester kurs also es ist schon richtig viel von verkauft worden auch danke auch dafür äh an euch und modul 2 äh nennt sich halt vertiefungsübungen da sind aber absolut zentrale übungen drin deswegen ist der titel eigentlich viel zu harmlos da ist diese hypno trance drin ähm die ist ich würde sagen ist meine beste trance wirklich ne die hat auch immer ein professionelles so abgemischt irgendwie und äh da sind diese ziele übungen drin ähm ja da sind nochmal sachen drin die du dich grad wenn du dich so neu aufstellst äh monatelang beschäftigen kann so äh so ein ja ansatz wie du mit glaubenssätzen umgehst also ganz viele so auch auch sehr unterschiedlich aber so grundlegende übungen also die die kann ich euch wirklich nur ans herz legen ich guck jetzt mal nochmal kurz rein ja also es gibt auch ganz viele so grundlegende übungen äh wie man dreiecke vermeidet und es geht um fremdgehen es geht äh um genau diese trance übung dann geht es äh um werte dann habe ich noch ähm so eine spezielle übung fürs innere kind äh diese counter gedanken no dating challenge dankbarkeit also das sind wirklich richtig äh grundlegende und coole sachen drin kann ich euch nur wärmstens ans herz legen und dann habe ich gerade gesehen wird es bald noch eine krasse neuerung bei liebe chip geben aber die packe ich nochmal ein extra video rein das wird richtig krass diesen senden wir sehen uns bald wieder schau ihr lieben mit dem Untertitelung. BR 2018